Auch das kann Fremdsprachenunterricht sein, eine Klasse lesen zu dürfen und die Lektüre selber wählen zu können. Wie schafft man es, Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer fremdsprachige Bücher lesen zu lassen? Beim freien Lesen an Schulen geht es darum, dass mehrmals pro Woche individuell und in eigenem Tempo gelesen wird, dass es keine Aufgaben zur Lektüre gibt und dass die Lektüre nicht bewertet wird. Was halten die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler davon und wie schätzen sie ihren Erfolg ein? Ich sehe als Vorteile zum Ersten, dass sie, die Schülerinnen und Schüler mit deutschsprachiger Literatur mehr in Kontakt kommen als im gewöhnlichen Unterricht. Sie müssen zwar in der Mitteloberstufe auch Bücher lesen, aber es wird vorgeschrieben, welche Bücher das sind. Man sucht sich zusammen vielleicht Bücher aus, aber die ganze Klasse liest das gleiche Buch. Und beim freien Lesen dürfen die Schüler und Schülerinnen selbst wählen. Sie dürfen in ihrem eigenen Tempo lesen, eigene Interessen verwirklichen. Es gefällt mir, dass ich sehr viele neue Wörter lerne. Und der Deutschunterricht ist sehr, sehr ruhig. Und ich kann Deutsch ohne Stress in der Stunde lernen. Ich finde es toll, dass man selbstständig kann. Man kann sich selbst an der Vorkant oder an der Achterkant sehen, ob es ein Unterricht ist, ob es ein Unterricht ist, das dich anstellt. Und dann wird man nicht beinflusst durch ein Docent, die denkt, dass es für dich gut ist. Ich denke, dass ich besser improvisieren kann. Wenn ich nicht mehr weiß, was ich sagen muss oder wenn ich etwas schreibe, dann weiß ich Wörter, die ich gelesen habe in Bucha und dass das hilft. An neun Schulen in Italien, den Niederlanden und Ungarn mit über 200 Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse haben wir im Projekt LELU sieben Monate lang freies Lesen erprobt. 18 Deutsch als Fremdsprache Lehrkräfte sowie vier Teams an Universitäten in Budapest, Palermo, Utrecht und Wien waren an dem Projekt beteiligt. Regelmäßig haben wir uns über unsere Erfahrungen ausgetauscht. Wir haben den Klassen die Lektüren sowie einen Online-Katalog zur Verfügung gestellt. Wir haben außerdem Materialien entwickelt, die es möglich machen herauszufinden, welches Buch für individuelle Lernenden geeignet ist. An den Schulen sowie in den Ländergruppen und in internationalen Videokonferenzen fanden regelmäßig Gespräche über die Unterrichtserfahrungen statt. Dabei haben wir länder- und schulspezifische Herausforderungen und Lösungsvorschläge diskutiert. Lehrkräfte haben Unterrichtsvideos ausgetauscht und schriftlich sowie mündlich individuell und miteinander über ihre Herangehensweisen reflektiert. Daraus ließen sich zahlreiche Erkenntnisse über das freie Lesen im deutsches Fremdspracheunterricht gewinnen. Also es ist nicht, ich mag lesen, aber ich sage immer für mich, ich habe keine Zeit oder ja und im Theater oder im Kino gehen ist es leichter. Also was ist gut in diesem Projekt, dass ich jede Woche Zeit habe nur für Lesen. Also ich habe fast eine Stunde nur für Lesen und das ist sehr positiv für mich. Am freien Lesen gefällt mir eigentlich sehr gut, dass die Schüler selbstständig etwas wählen, was sie im Unterricht machen. Also natürlich müssen sie lesen, aber sie wählen selber ein Buch. Sie können selber entscheiden, ob sie das Buch durchlesen wollen oder zurücklegen wollen. Sie können halt Sachen ausprobieren und sie machen nicht was, was ich vorgegeben habe. Zum Anfang des Projekts haben wir versucht, das LELO-Projekt zu verdeutlichen, indem wir den Schülern klargemacht haben oder versucht haben, klarzumachen, dass es um Spaß geht, also trotzdem dabei sind, was zu lernen und ihr Deutsch zu verbessern, ihre Lesefertigkeit zu verbessern, ihren Wortschatz zu verbessern. Das Einzige, was wirklich wichtig war, fand ich, ist, dass sie selber wählen können und dass sie jederzeit aufhören können. Wir haben natürlich auch erklärt, wie kann man dann ein neues Buch suchen. Es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten, online der Katalog, einfach suchen im Regal, dieser Empfehlungskatalog, den wir haben und Gespräche mit mir. Aber wir haben versucht, das immer so wenig wie möglich eigentlich Input zu geben, so viel wie möglich lesen zu lassen und dann erst zu reagieren, wenn Probleme auftauchen. Ich schaue nach den Plätzen auf das Buch und ich lese die Rückseite und dann lese ich ein, zwei Lessen und dann, als ich es interessant finde, dann lese ich es wieder. Wir versuchen den Schülern zu erklären, dass es beim freien Lesen um Freilesen, um Schnelllesen, um Spaß geht. Und da geht es zum Beispiel auch, dass die Schüler das schnell lesen können. Das haben wir zum Beispiel mit einem Tachometer gemacht, dass die Schüler selbst einsehen, wie schnell ich lese. Genau ist es auf einem richtigen Niveau. Und dann gelingt es auch gleich zu erklären, wieso ein Wörterbuch schlecht dazu passt, weil das stört die Geschwindigkeit und stört wahrscheinlich auch den Spaß. Ja, was sehr schön ist, um zu sehen, wie die Kinder dann letztendlich auch wirklich lesen. Also das ist schön, dass sie wirklich 15 Minuten, 20 Minuten still ihr Buch lesen. Das gibt eben eine schöne Atmosphäre. Das gefällt mir eigentlich am besten. Also, meine Damen und Herren, hier sind unsere Freunde für dieses Jahr. Das ist vielleicht ein bisschen überdrücklich, wenn ich sage Freunde. Meine erste Frage wäre, sagt mal, gibt es Situationen, wenn ein Buch für uns ein Freund haben kann? Oder die Funktion eines Freundes haben kann? Kann das so sein? Ja, wenn wir allein sind. Wenn wir allein sind, ja. Genau, genau. Ja, oder wenn ich sehr traurig bin und ein gutes Buch tröstet mich, ja. Oder humorvoll ist. Wir versuchen den Schülern zu helfen bei der Buchauswahl. Wir beraten selber die Schüler ein bisschen, versuchen sie aber auch zu stimulieren, den Bücherkatalog zu benutzen. Wenn wir sehen, dass Schüler jede Woche eigentlich ein anderes Buch nehmen, führen wir persönliche Gespräche. Wir machen es auch so, dass wir Bücher vorstellen an die ganze Klasse. Dabei haben wir es bis jetzt einmal gemacht und haben vor allen Dingen dünnere, leichtere Bücher vorgestellt, weil es vor allen Dingen die lese-schwächeren Schüler sind, die Probleme bei der Buchauswahl haben. Und haben dann halt zwei zur Auswahl gegeben, die sie nehmen können, aber nicht nehmen müssen. Und wir wollen das im Verlauf des Projekts regelmäßig machen und damit die Schüler als Gruppe unterstützen, weil einige auch sich nicht so gerne persönlich beraten lassen. Ich gucke auf der Außerheit des Buches oder mein Freund sagt mal, dieses Buch muss ich lesen. Ich kann sagen, dass ich den Deutschunterricht so viel Spaß mache. Und meiner Meinung nach sind alles Bücher, die besser auf seine originale Sprache. Es gibt ein paar, die haben so ein bisschen eine Anti-Lese-Haltung überhaupt. Das ist schwierig, weil meistens fragt man dann, was liest du denn im Holländischen? Und dann, um die Themen so ein bisschen rauszufinden, was interessiert dich eigentlich, liest du überhaupt? Und dann bei den Kindern, die auch im Deutschen nicht lesen, merken wir oft, dass die auch im Holländischen nicht lesen. Oder sagen, ich habe schon jahrelang nicht mehr gelesen und ich lese überhaupt nicht gerne. Da bleibt es ein bisschen schwierig, weil die dann auch nicht gut wissen, ja, was gefällt mir eigentlich. Bevor ich, bevor diese Stunde habe ich keine Lust auf Deutsch zu lesen, aber jetzt habe ich die Anregung, weil diese Stunde sehr nützlich war und entwickelt meine Deutschkenntnisse. Schüler, die Schwierigkeiten mit der Lektüre haben, wechseln sehr oft das Buch, denke ich. Dabei ist nicht immer deutlich, ob sie Probleme haben mit dem Lesen an sich, also mit dem Niveau des Lesens oder ob sie einfach das Buch langweilig finden. Auch da versuchen wir beratend zur Seite zu stehen, ist aber nicht so oft so leicht erkennbar. Also weil Schüler sehr schnell sagen, es ist langweilig und sie deswegen ein anderes Buch wählen. Das Fach wird interessanter, weil man mehr Wörtenschatz entwickelt und ich denke, dass es besser ist für mein Deutsch. Wir haben das eigentlich bei uns beim LELO-Projekt so eingebürgert, dass wir immer am Ende der Stunde lesen. Die Schüler sind das also jetzt sehr gewöhnt, dass wir nach dem normalen Unterricht irgendwann sagen, so und jetzt alle Bücher in die Tasche und ihr könnt zum Schrank gehen euch euer Buch holen und dann wissen die Schüler, dass es losgeht. Und sobald ungefähr 80 Prozent der Schüler wieder auf ihrem Platz sitzen mit dem richtigen Buch, dann bitte ich um Stille und das passiert dann eigentlich auch. Und dann fangen die Schüler an zu lesen. Also es ist eigentlich keine große Schwierigkeit in dem Sinne. Es sind natürlich Stunden dabei, in denen die Schüler etwas aufgeregter sind und sich weniger gut konzentrieren können. Aber an sich herrscht eine gute Leseatmosphäre. Ob jemand ein Buch schon gelesen hat, ich habe, also zum Beispiel Walzis Nelson hat schon ein Buch gelesen und der hat hier auch was reingeschrieben, wenn hier so ein Dings ist. Also die meisten Schüler meiner Gruppe, würde ich sagen, erreichen die Ziele des freien Lesens. Sie lesen selbstständig und konzentriert während der LELU-Stunden. Sie lesen Bücher auf ihrem Niveau und machen das sehr gut. Und ich würde sagen, die erweitern ihren Wortschatz, ihre Lesekompetenz. Die Ziele werden erreicht. Wir haben auf der Schule viele Klassiker. Und das LELU-Projekt hat ja mehr so neuere Literatur, viel Jugendliteratur. Das ist schon echt relativ. Das ist sehr anders. Was vor allem sehr anders ist, ist diese Leserolle. Also wenn wir anfangen mit Lesen, dann probieren wir als Lehrer auch zu lesen. Wir haben gemerkt, dass es einen positiven Effekt hat, dass dadurch schneller eine Art Leseatmosphäre entsteht. Das Problem dabei ist dann ein bisschen, dass natürlich diese andere Rolle des Aufpassers wegfällt. Und auch das haben wir gemerkt, das ist dann schwierig, weil wenn ich lese und vertieft bin in einem Buch, dann merke ich nicht, welche Schüler vielleicht nicht lesen und plötzlich auf ihrem iPad irgendwas machen. Also das ist schwierig. Das heißt ein bisschen, dass ich manchmal Fake lese. Also ich tue, als ob ich lese, bin aber eigentlich mit meinen Sensoren eher in der Klasse. Das ist eigentlich das Schwierige, weil es auf der einen Seite schön ist, selber auch zu lesen und gemeinsam zu lesen. Auf der anderen Seite gibt es dadurch halt auch wieder neue Probleme. Naja, beim LELU-Projekt kann ich eine Rolle einnehmen, die ich im normalen Unterricht weniger einnehme. Nämlich, dass ich mich auch hinten reinsetze oder zwischen die Schüler und ein Buch lese. Dass Schüler Schwierigkeiten bei der Leventüre haben, weil sie verwirrte Gesichter haben. Dann gehe ich zu den Schülern und versuche herauszufinden, was sie für ein Problem haben. Und bei der Bücherauswahl merke ich, dass die Schüler Probleme haben, weil sie ständig viele Bücher blättern und nicht wissen, was sie machen sollen. Einzelberatungen haben mir und den Schülern Einblick in die Entwicklung gegeben und bereicherten den Kontakt zu der Klasse. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil wir vielleicht nur Leute lernen können und alleine lernen können. Aber ich finde, wir haben auch manchmal ein paar Schwierigkeiten, weil wir würden nicht suchen können auf Google. Es ist unserer Meinung nach ganz sinnvoll, das am Ende der Stunde zu machen. Oder wir empfinden das als sehr sinnvoll, weil Schüler dann einen Ruhemoment am Ende der Stunde haben. Am Freitag sogar am Ende des Tages, am Ende der Woche. Und das eigentlich die Stunde und den Tag ein bisschen in Ruhe abschließt. Also sie haben jetzt auch Inhalte getroffen. Sie haben jetzt Inhalte kennengelernt, die wir bis jetzt in der Stunde nicht thematisiert haben. Und diese Inhalte bewegen die Gedankengänge der Schüler. Und ich bin jetzt auch davon überzeugt, dass sie über diese Inhalte dann auch im späteren nachdenken. Es gab ungefähr drei Phasen. Die erste Phase spannend, neugierig, vielleicht auch ein bisschen reserviert. Aber okay, gucken wir mal, fangen wir mal an. Dauerte so vier, fünf Wochen vielleicht. Dann kam so ein Hänger rein. Was? Schon wieder lesen? Mal kurz auch so ein bisschen Aufstand. Nein, wir suchen uns jetzt kein Buch raus. Gut, dann suchen sie sich wieder ein Buch. Und dann kommt so die dritte Phase, wo dann so einige plötzlich anfangen, okay, jetzt verstehe ich, wie es funktioniert. Wenn es mir nicht gefällt, lege ich es weg. Okay, was will ich denn eigentlich? Was interessiert mich denn? Und dann diese Bücher mal wirklich angucken und mal wirklich den Klappentext lesen. Und das war dann so am Ende. Eltern, Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen zeigten sich interessiert. Viele Lehrpersonen wollen das Freilesen auch in der Zukunft fortsetzen. Wir haben untersucht, welche Erfolge bei den Schülerinnen und Schülern erzielt werden konnten. Es hat sich gezeigt, dass die Klassen, die zweimal in der Woche freigelesen haben, im Vergleich zu den anderen Klassen, die im regulären Programm mitmachten, sich positiv entwickelt haben. Sie haben in den meisten Fällen etwas besser abgeschnitten im C-Test, der die allgemeine Sprachfertigkeit misst. Es zeigte sich auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler durch die Beschäftigung mit dem freien Lesen motivierter im Deutschunterricht und sich in ihrer Lernerautonomie gestärkt gefühlt haben. Das freie Lesen im Fremdsprachenunterricht zahlt sich also aus, wenn genügend Zeit dafür eingeräumt wird. Die Erprobung des freien Lesens im europäischen Kontext hat uns neue Erkenntnisse geliefert. Wir haben sie für andere DAF Lehrkräfte weltweit dokumentiert. Auch für andere Fremdsprachen kann das LELU-Modell Anregungen bieten. Die Webseite lelu.eu informiert darüber und über alle Forschungsresultate. Leute, ich weiß, das war spannend und interessant, aber wir sind fertig heute. Aber wir sind fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Bücher weglegen und das war's.